Nicht lenken, nicht zu viel drücken. Schönen wir das? Das ist schwierig. Es nervt sich hier zu schnell das Haftack, damit man direkt gewahrt. Das Lenkrad vibriert. Nein, hier steht einer auf der Spur. Deswegen ist er recht und das sind viele. In welche Richtung sie ausrechnen soll, wenn man wirklich in 40 km ist. Wenn man nicht ausrechnen kann, dass er da ist. Und das Fahrzeug erst mal ein. Das Fahrzeug fällt gerade auf. Das ist 360 Grad da, sonst weiß ich, dass ich schwungfrei ist.